Tue nicht so, als würde alles nicht zum Wissen Tue nicht so, als würde alles nicht zum Wissen Wir beide stehen am Scheidelweg Frage mich, wie leicht es geht Hab für ein paar Rosen fast vergessen, dass du scheiße zählst Und hab alle life erlebt, mich eingesehen In meinem Kopf ein Bilderbuch von uns Öffne die Augen, um die Liebe nicht zu sehen Woher kommen diese Schmerzen in der Brust? Krieg keine Luft Dieses Make-up trage ich nur für mich Mein Handy klingelt, doch ich mute dich Denn sobald wir unseren Blickkontakt verlieren Sind deine Augen unterwegs und nicht bei mir Glaub mir, du würdest, würde ich es nicht erfahren Es wäre unter meiner Brüche, dem ich selber viel zu nah Tue nicht so, als würde alles nicht um dich drehen Tue nicht so, als würde alles nicht um dich drehen Tue nicht so, als würde alles nicht um dich drehen Wenn wir streiten, unsere Reise endet hier Meine Liebe werde ich mit Das erste, was ich mir sagen muss Ist, dass das Video einfach geisteskrank ist Richtig heftig gemacht, meiner Meinung nach Nicht nur der Porsche mit den ganzen Zitronen Ist krank gemacht, geisteskrank Kann auch sein, dass es künstliche Intelligenz ist Aber ist trotzdem krank gemacht Hat sie richtig gut gemacht Egal ob es KI oder nicht ist Und dieses zwei Personen, die sich so ziehen mit diesem Band Ist auch, ey, wenn ihr checken würdet Beziehungsweise wenn ihr mal so nachdenken würdet Wie sie diese Texte, beziehungsweise diese Worte verpackt in Bilder Und daraus dann ein Video macht Und dass wir das auch verstehen Und checken, ey, guck mal was da abgeht Sie bringt einfach diese Texte Diese Wörter aus ihrem Kopf Verbildlicht sie durch Videos Und das hat sie sehr, sehr gut hinbekommen Von meiner Meinung nach Würdest, würde ich das nicht erfahren Es wär unter meiner Brüche Denn im Sテw war viel zu nah Tun nicht so, als würde alles sich um dich drehen Tun nicht so, als würde alles sich um dich drehen Tun nicht so, als würde alles sich um dich drehen Tun nicht so, als würde alles sich um dich drehen wenn es diesen ort wirklich gibt es ist so wunderschön aus so wunderschön aus das waren wir hier diese prärie glaube ich nicht mehr ist das wort irgendwie einfach eingefallen die landschaftsgebirge ist einfach wunderschön und es hat einfach so ein tolles video gemacht ehrlich dieses videos mit zehn von zehn props alles richtig gemacht hier und auch ein schöner text der auf jeden fall eine message überbringen soll und nicht einfach etwas sinnloses sagt sag ich mal so finde ich auf jeden fall sehr sehr gut bis zum nächsten video